Die japanischen Tanzduo Kasai Inoue und Wakako Ishida sind in der Region aufgetreten. Bei Visionen 19, im Neuen Theater Dornach und im Brassfeldcenter in Basel haben sie tanzt. Ihr Projekt heisst Muyokan. Muyokan heisst Vergänglichkeit oder Veränderung. Es ist ein typischer japanischer Weg, Schönheit im Moment zu finden. Oder, dass jeder Moment ewig sein kann. Es ist ein meditativer Weg. Ein typischer meditativer Weg zu denken. Ich bin erst am Montag zu Nacht angekommen und werde hier in der Schweiz tanzen. Der Tanz ist über japanische Philosophie. Und mir ist es wichtig zu wissen, was die Leute aus der Schweiz darüber denken. Aber ich möchte auch viel sehen in der Schweiz. Speziell Natur und Blumen. Spezielle Blumen habe ich gerne und heute habe ich trotzdem Regenblumen am Strassenrand fotografiert. Sie sind so schön. Ich möchte sehr viel von der Schweiz sehen und habe nach den Auftritten Zeit dafür. Ich habe viele Bilder von kleinen Blumen. Sie sind so schön. Ich weiß nicht. Ich möchte wissen und ich möchte viele Dinge in der Schweiz sehen. Ich habe ein wenig Zeit nach dem Show. Ich mache das. Ich habe die Themen und Aufgabe, die zu arbeiten. Wir beginnen mit der Improvisation. Und das wird eine Choreografie. Wenn wir das Ziel und das Thema ausgewählt haben, fangen wir mit Improvisationen an. So bekommen wir eine Choreografie. Aber wir folgen nicht nur dieser Choreografie. Wie zum Beispiel heute tanzen wir unter freier Sonne. Das beeinflusst unseren Körper und macht den Tanz lebendig. Aber auch der Tanz unter dem Triumphbogen ist ein spezielles Erlebnis. Und der Tanz selber verändert sich deswegen immer. Er ist jedes Mal vergänglich und deshalb jedes Mal neu. Das Gefühl ist sehr schön. Ich denke, dass das Tanz selbst immer verändert. Es ist wie eine Transzierung. Es ist auch ein Thema. Ich denke, dass das Gefühl sehr schön ist. Japan und Schwesterland sind so weit, ich denke, es sind ein bisschen anders. In der Weise, dass die Leute vielleicht denken. Japan und die Schweiz sind nicht so verschieden. Aber die Japaner gehen nicht so ausserhause. Und die Schweizer sind freundlich und reden miteinander. Wir in Japan haben auch vier Jahreszeiten. Und diese Zeiten sind sich sehr ähnlich. Wir haben vier Jahre. Spring, Summer, Autumn und Winter. Und in dieser Zeitung in Japan ist es ziemlich ähnlich. Immer wieder die Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus